So, hier seht ihr die Gewinner der Goldpässe. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ihr seht ja auch, dass ich das aufgeteilt habe. Also 5 Goldpässe verschenke ich dann mit meinem Fred-Account und 5 mit dem Fredonaut-Account. Und ihr seht ja auch jeweils der Spielerkürzel. Also wenn ihr gewonnen habt, achtet bitte drauf, wenn euch dann einer der beiden Accounts hinzufügt als Freund, damit ihr dann natürlich auch rechtzeitig euren Goldpass bekommt. Man muss ja einen Tag in-game per Supercell-ID befreundet sein, aus Sicherheitsgründen. Sonst kann ich den Goldpass nicht verschenken. Und an alle Leute, die es leider nicht gewonnen haben, ihr habt es ja selber in der Hand, wie viel ich zukünftig noch verschenke. Ich meine, ich musste jetzt natürlich die Goldpässe von meinem eigenen Geld bezahlen. Das ist ja ganz klar. Also da ist jetzt nichts gesponsert oder so. Das bedeutet natürlich, wenn ihr den Kanal unterstützt, wenn ihr natürlich auch selber den Creator Code MBF eingebt, dann tragt ihr natürlich irgendwie dann schon dazu bei, dass in der Zukunft natürlich immer mehr verlost wird. Ich mache das auch gerne, das muss ich auch dazu sagen. Also ich muss das ja nicht machen. Und ich mache das gerne, ich verschenke gerne Sachen und wenn ihr das wollt, unterstützt gerne den Kanal. Ich versuche dann in der nächsten Zeit noch ordentlich was rauszuhauen und bis zum nächsten Mal gibt es ansonsten nur noch zu sagen.